Mein Name ist Maik Künzle, ich bin von der CVP, ich bin Stadtpräsident in dieser wunderschönen Stadt Winterthur. Kultur ist für mich die Essenz, die diese Stadt ausmacht, die diese Stadt lebenswert macht, die diese Stadt stark macht und mich stolz macht. An welcher Kulturveranstaltung trifft man dich? Ich bin an Konzerten, ich bin im Museum, an Vernissagen, ich bin auch in den Clubs, ich bin eigentlich Regie unterwegs als Kulturminister dieser Stadt. Das Kulturangebot fehlt in Winterthur? Wir haben ein sehr vielfältiges, darum ist diese Frage ziemlich schwierig zu beantworten. Ich war einmal an einem Street-Art-Anlass, dieser dürfte es von mir aus wieder geben. Warum sollen kreativ arbeiten und die nicht nach Zürich abwandern? Weil Winterthur der bessere Platz ist und die eine lässrigere Stadt. Wie trägt Kultur zur Lebensqualität in unserer Stadt bei? Mit der Vielfalt, die wir haben, ist für alle etwas da. Jeder in der Stadt findet etwas nach seinem Geschmack, sei Musik, sei Theater, sei Museum und das macht die Stadt aus. Schätzfrage, wie viele Franken pro Besucherinnen und Besucher gibt die Stadt für das Musikkollegium aus? Weiter. Ist das Nachtleben auch Kultur? Der Kulturbegriff ist ganz weit, gesellschaftliche Anlässe und das Ganze darum herum gesellschaftlich gehört zu der Kultur. Wir haben im Kulturleibild eine enge Version genommen, die international gilt, die man für Kultur brauchen kann. Aber Kultur geht noch viel weiter, Dorfete, Fasnacht, Albani-Fest und so weiter. Braucht Winterthur eine kommunale Rechtsgrundlage für Kulturförderung? Ja, das weiss ich bestens. An dieser arbeiten wir nämlich jetzt. Warum ist das Label Kulturstadt so wichtig für Winterthur? Es ist wichtig für die Bevölkerung, die in dieser Stadt lebt, damit es eine hohe Lebensqualität hat. Und es ist wichtig für die Stadt, für das Image nach aussen. Über die Stadtgrenze aus, über die Kantonsgrenze aus, über die Landesgrenze aus. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das?